Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Vielen Dank für alle Ansätze in deinem Spielkreis von Fiederburg für die kommenden Spielzeiten. Jetzt wieder ein Spielalliand in Einsatz mit Nr. 2 Helmers Lauer, mit Nr. 5 Thilo Krämer in Nr. 8 in der ITU. Julka, Julka, Juli, 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 Juli! Jäle! 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 Das war's für heute. Komm! 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 Oh, Jürgen! 2! 1,5! Jimmy Kelly! Echt! Christian! Komm! Komm! Komm, komm! Geh mal noch! Mach doch! Ja! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, gut, die Schütze da! Wer spielt denn in der Lokal? Christian Meinhardt! Der Spielstand! Rot-Weiß-Köpien! Es geht an! Danke, 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 danke! Wir nehmen noch einen Töne-Kurs, dann müssen wir sein hier aus dem Jahr. Jetzt gehen wir noch einen Töne-Kurs, und dann haben wir neben die Waffe, es zählt noch einen Töne! Einen Töne-Kurs! Ein Töne-Kurs! Abtage, abtage! Jetzt kommt die Kursche und 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 die Kursche gut Stefan! Da sind die Kursche und die Kursche und die Kursche mit ihrem hygienischer Die kleine Kalle wird an Schallständen abgelegt werden, denn die kleine Kalle nicht. Schluss ist hier in den Regenraum. Und 15.11. Rot-Weiß-Göpflanz, eine kandioße Sittan geht zu Ende. Ein 15.11. in der Geschichte ist, dass Rot-Weiß-Göpflanz machte in der Zugehörigkeit hier. Rot-Weiß-Göpflanz, eine kandioße Sittan-Göpflanz, eine kandioße Sittan-Göpflanz. Rot-Weiß-Göpflanz! Rot-Weiß-Göpflanz, eine kandioße Sittan-Göpflanz! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR